Weißt du, mal ganz ehrlich, wer von Jesus Wort nur das annimmt, was ihm in den Kram passt und das akzeptiert, was er ohnehin schon glaubt, der folgt doch ohnehin nur sich selbst und braucht Jesus von vornherein nicht, wenn er sich nicht korrigieren lässt. Um Nachfolge zu verteidigen, mach dich Hashtag Bibelfit. Ist Jesus Vegetarier? Das Spannende dabei ist gar nicht so sehr die Antwort, sondern wie du zu der Antwort hinkommst, weil das hat faustdick hinter den Ohren. Deshalb schau dieses Video bis zum Ende, weil da habe ich was ganz Besonderes für dich. Und an der Stelle will ich allen Leuten danken, die jede Woche hier die Glocke klicken. Das ist so ein technisches Ding, damit christliche Inhalte hier auf dieser Plattform nicht ausgesperrt werden. Danke dir. Also, wie findest du heraus, ob jemand Vegetarier ist? So mal ganz grundsätzlich. Zum Beispiel ich. Was du nicht einfach machen kannst, ist irgendetwas behaupten, ohne die Bemühung, das zu begründen. Wenn zum Beispiel nach den US-Wahlen ein Präsidentschaftskandidat behaupten würde, er hätte die Wahl gewonnen, ohne dass er das belegen könnte, dann fragen wir zu Recht, was ist dein Problem? Und derjenige wird nicht zu Unrecht ausgelacht, weil er sich völlig diskreditiert. Also einfach irgendwas behaupten, ohne eine Begründung zu liefern, das geht nicht. Zumal, wenn du einfach etwas behauptest über die Autorität von Jesus hinweg, dann baust du ja seine Autorität von vornherein nicht, oder? Da kommen wir gleich drauf zurück. Auch sich einfach wünschen, dass ich Vegetarier bin, das ist auf dem gleichen Level. Weißt du, entweder ich bin Vegetarier oder ich bin es nicht. Du kannst doch nicht einfach willkürlich eine Münze werfen, Kopf, Markus ist Vegetarier, Zahl, er ist es nicht. Weil entweder ich bin Vegetarier oder ich bin es nicht. Da kann deine Münze sich auf den Kopf stellen oder auf die Seite. Das ändert überhaupt nichts. Du kannst doch nicht einfach nur sagen, ja, ich habe das Gefühl, dass Markus Vegetarier ist. Das ist ja schön für dein Gefühl, aber vielleicht habe ich vor zwei Stunden ein Steak gegessen. Da kann dir dein Gefühl jetzt sonst was sagen. Also das bringt jetzt alles nicht weiter. Weißt du, was ich meine? Also, wie findest du denn jetzt raus, ob jemand Vegetarier ist? Na, ganz einfach. Jemand, der gewohnheitsmäßig Fleisch isst, der isst kein Vegetarier. Und umgekehrt, jemand, der eindeutig aussagt, dass er sich nur vegetarisch ernährt und es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass er überhaupt Fleisch isst, na, der ist wahrscheinlich Vegetarier. So, wie ist das jetzt bei Jesus? Naja, geht es dir wie den meisten vernünftigen Menschen, wirst du sagen, okay, Jesus hat das Passalam gegessen und wir wissen davon, dass er Fische gegessen hat. Ja, also ist er kein Vegetarier. Und das stimmt. Da hast du recht mit. Jesus ist kein Vegetarier. Aber wie ist es denn jetzt, sobald jemand kommt und plötzlich behauptet, dass Jesus doch Vegetarier wäre? Hm. Die Frage ist doch, wie will denn derjenige das begründen? Lass uns nochmal durchgehen, ja? Einfach nur behaupten, das geht nicht. Ja? Einfach sich wünschen, geht auch nicht. Willkürlich festlegen, geht nicht. So nach Feeling entscheiden, naja, kann ja sein, dass jemand so etwas tut, aber geht auch nicht. Kann es sein, dass jemand, der so etwas behauptet, das auf Grundlage der Bibel behauptet? Nein. Warum? In der Bibel steht ja drin, wir haben das Passalam und wir haben die Fische. Das heißt, sobald jemand behauptet, nein, Jesus hat ganz bestimmt kein Fleisch gegessen, sobald jemand das behauptet, dann muss er ja einiges darüber wissen, was Jesus überhaupt gegessen hat, um das behaupten zu können, oder? Der muss ja eine relativ genaue Vorstellung von Jesus Ernährung haben, oder? Die Frage ist jetzt, woher? Und nicht nur das. Er müsste es auch ja besser wissen als die Bibel, die absolut sagt, dass Jesus Fleisch gegessen hat. Was könnte derjenige denn anführen, um das irgendwie zu untermauern? Naja, beispielsweise könnte er die historische Leben-Jesus-Forschung anführen. Oder er könnte sprechen über außerbiblische, nicht-christliche, historische Berichte aus Jesus' Zeit über Jesus selbst. Könnte er machen. Das Problem dabei ist folgendes. Erstens, nur wer etwas nicht christlich ist, macht es das nicht automatisch wahr. Nicht alles, was christlich ist, ist falsch und nicht alles, was nicht christlich ist, ist wahr. Das funktioniert so nicht. Und zweitens, als jemand, der das an säkularen, staatlichen Universitäten studiert hat, muss ich jetzt mal festhalten, nach Jahrhunderten der Forschung zeichnet sich sehr deutlich der Schluss ab, dass die erschlagene Mehrheit des historischen Befunds genau das stärkt, was im Neuen Testament schon drinsteht. Und das unterstützt, was wir als Christen schon immer gesagt haben. Nämlich, dass das, was im Neuen Testament steht, tatsächlich so passiert ist. So, warum reden du und ich denn jetzt eigentlich über dieses Thema, was Jesus gegessen hat? Naja, dahinter steckt nämlich noch was viel Größeres. Du und viele andere. Ihr habt gefragt in den Kommentaren, Markus, was kann ich denn antworten, sobald jemand behauptet, Jesus hat gar nicht gesagt, was in der Bibel steht? Weil das ist ja genau das Gleiche. Exakt die gleiche Fragestellung. Das heißt also, damit dein Gesprächspartner behaupten kann, dass Jesus was ganz anderes gesagt hätte, als in der Bibel steht, muss doch derjenige, um das untermauern zu können, entweder eine Möglichkeit haben zu wissen, was Jesus stattdessen gesagt hat, oder er müsste eine noch bessere Möglichkeit haben, als die hochgradig zuverlässigen Augenzeugenberichte, die später im Neuen Testament zusammengefasst worden sind und später in unsere Bibel eingeflossen sind. Und das wird nicht passieren, dass der eine bessere Möglichkeit hat. Oder zweite Möglichkeit, er erklärt einfach Jesus' eigene Worte für dich gültig. Also, denk mal drüber nach. Jesus sagt, folge mir nach. Wir Christen, wir sind Nachfolger von Jesus. Was Jesus sagt, ist für uns gültig und bindend. Wenn nun jemand behauptet, dass er manches von dem, was Jesus sagt, annimmt, aber anderes nicht, wozu braucht er es denn dann überhaupt noch, dass Jesus etwas sagt? Dann kann er es ja genauso gut einfach so annehmen, ohne dass Jesus es gesagt hat. Weißt du, mal ganz ehrlich, wer von Jesus' Wort nur das annimmt, was ihm in den Kram passt und das akzeptiert, was er ohnehin schon glaubt, der folgt doch ohnehin nur sich selbst und braucht Jesus von vornherein nicht, wenn er sich nicht korrigieren lässt. Also, nochmal, zum Mitschreiben, ja, Jesus sagt, folge mir nach. Wir Christen, wir sind Nachfolger von Jesus. Was Jesus sagt, ist für uns gültig und bindend. Wer behauptet, dass Jesus' Worte für ihn nicht gültig wären und nicht bindend wären, der kann das natürlich tun. Er stellt sich damit nur außerhalb des Christentums. Das ist dann schlicht eine andere Religion. Weißt du, was ich meine? Das ist ein echtes, wirkliches Herzensthema von mir und das kann niemand auf die leichte Schulter nehmen. Und warum du und ich fest davon überzeugt sein dürfen, dass die Augenzeugenberichte, die später ins Neue Testament aufgenommen worden sind, dass die wirklich historisch zutreffend beschreiben, was tatsächlich passiert ist. Dafür kannst du dir hier gerne mein neues Kurzbuch mitnehmen, wo wir genau darauf eingehen, warum du als reflektierter und gebildeter Mensch im 21. Jahrhundert es etwas sehr Ernstzunehmendes ist und warum das biblische Christentum so manche Überraschung da bereithält. Die ersten Leser haben es dafür gelobt, dass es kurz ist, prägnant, verständlich, humorvoll und leicht an ein bis zwei Abenden durchgegeben. Das Buch gibt es zu einem tollen Preis, das ist nämlich gratis. Ich verschenke es nämlich, das vollständige Hörbuch und das E-Book, weil ich möchte, dass möglichst viele Menschen mutig und stark und liebevoll in Gespräche über Glaubensthemen reingehen und lernen darüber, ergebnisoffen und kritisch zugleich zu denken. Klick dafür gern auf den Link in der Videobeschreibung und nimmst dir gratis mit. Das ist mein Geschenk an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich.